Musik 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 Das ist eine Spinnung Wow, creepy Ich bin in meinem Keller, geh weg Das Gute ist, wir haben hier Schaden Wow, Schaden ausgestellt Also der kann Explodieren wie er will, der dumme Hund Gibt's denn ein Explosive? Hä? Nee Gibt's ein Pfeiler oder sowas? Nein Oh Es gibt ein Explosive Echt? Ja, aber Griefer Schaden ist sowieso aus Ah Okay Und wenn's ihn gibt, kannst du damit keinen Schaden machen Achso, überhaupt nicht Also auch nicht, könnte es Ja, nee, ist Griefer Schaden Wenn du jetzt auf mich ballern würdest und dann würde es explodieren Also auf Gegner kannst du glaube ich schon schießen Also so Creeper, Skelette und sowas Das glaube ich schon Aber es würde jetzt glaube ich nicht gehen, wenn du jetzt sagst Hey Blacky, guck mal her Und dann auf mich schießt Das würde glaube ich nicht gehen Also sollte zumindest nicht gehen Wenn doch, muss ich nochmal in eine Server-Einstellung gucken Wie schade Äh, na, habe ich gar nichts Bist ein Sack, weißt du das? Machen Jetzt antworte ich mal so wie meine Tochter Weil Baum So geht das Weil Baum Ähm, du wirst lachen Sie counter dich auch da Oh shit Wenn ich sage weil Ne, wenn sie sagt Äh, weil Papa Und ich sage ja ja, weil Baum Dann sagt sie knallhart Ne, Strauch Äh, Papa Oh shit Ne, Papa Strauch Hat sie letztes gemacht Wann hast du euch die angeguckt hab Wie Auto So, so, so Ähm Was? Ja, das ist ähm Ja MK, jetzt weiß ich auch was er will Äh, 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 ist jetzt ein bisschen komisch darüber Mr. Toad Hallo 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 Mr. Toad Ja Ja Nicht Toad Oha, ne Sondern woa, wie der Krieg Ach Hallo Hallo Fatale So 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 Boah Leut Kannst du haben, aber wird nicht gut für dich rausgehen Hahahaha Äh Mitter Wurst Pfff Okay, was Was ist? Du willst ne Wurst? Ich hab aber keine Also, zumindest nicht für dich Hahahaha Äh, ja Hahahaha Ich sag jetzt mein nächstes Wenn nicht Brat Maxe Grill Häng dich doch So Jetzt nach dem Boden Und dann sind wir fertig Erste Etage vom Keller ist dann ready Ready scene Gold 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 Ach, True, wenn du äh, Dekoration bauen willst ne, dann bewahr der schon mal sämtliche Blumen auch für Farbe I know my friend I know my friend I know my friend Ich sag's nochmal, I know my friend Ja, ist gut Hahahaha I know my friend Wow, das, das erinnert mich grad übelst an etwas Pfff Now in Erinnerment ist irgendwie Ja, ne, ich hab ja mal Ja, okay, man redet ja eigentlich nicht so Also, ich rede eigentlich nicht so gerne über Privat Also, ich hab ja mal in der Bund, äh, äh, in der B-Farm, so nennt man das Gearbeitet, äh, hier Da kamen immer übertrieben viele Ausländer Also aus, wirklich aus, ähm, Japan, China und sowas Ja Weil die da ja, ähm, irgendwelche Meetings hatten und so ein Zeug Und die Japaner, die haben immer alle Echt, jeder Japaner, den ich getroffen habe, hat das jetzt immer gesagt Hallo my friend Na Doch, ohne Scheiß, und das erinnert mich übelst daran, wenn du sagst so Hallo my friend Ne, die, keine Ahnung, das ist so Dieser, dieser englische Akzent von den Chinesen und Japanern Hallo my friend Ganz komisch, ich weiß nicht Wieso nein? Was brauchst du? Super geil Ach so Ich denk grad rein, was hat er? Lol, roffel Lol, roffel Okay Ich brauch laber Ähm Ich brauch laber Was brauchst du, schlabber? Oder Oder gibts da mittlerweile neue Wörter? Ja Ja, ich hab heute, also ich bin ja schon aus dieser Jugendsprache und so voll raus Ich hab heute so ein paar Wörter gehört, wo ich gedacht hab, holy shit, sowas sagt man heutzutage So, ey, das ist voll Swag Scheiß, wo ich dachte, wie irgendwo ist Ich Swagbrück Ja, hab ich auf dem, ähm Also, ne, jetzt, wie gesagt, für die Aufnahme schauen, so ich bin ja nebenbei noch Arma Und das hab ich heute in Arma gehört So, kam einer zu mir und so, fragte, ob er eine LKW haben kann und sowas Und ich sagte, ja, klar, so, ich kann ihm einen leihen, das war so kein Problem Und dann hat er angefangen, so, ey, das ist voll Swag von dir Na, bitte Ja, doch, wo ich dann sagte, so, äh, was ist das? Ja, voll Swag Jetzt nochmal auf Deutsch, bitte Ja, ist voll, voll geil So, aha, okay, das verstehe ich Aber dieses voll Swag So, ja, das sagt man heutzutage bei uns, so So, okay So, bei uns in der Jugend hat man auch gesagt, ey, Alter Aber voll Swag, das ist keine Ahnung Ist nicht meine Welt Ja, in Afghanistan oder hängt sowas auf die Platz Ich... Das weiß ich nicht Ich... Wieso nicht... Bei uns ist das die ganz exaktiv Ja... Ja, Österreich und Deutschland, das ist schon wieder ein Unterschied Okay, ja, so... Ja, ja... Ja, ist so, das ist schon wieder ein Unterschied, ein kleiner zumindest Was ist das denn? Oh mein Gott Ja, kein Mensch Ich hab'n... Ich hab'n... Oh la la... Okay, das ist sicher doch einiger... Ich hab'n gehofft... Ähm... war das so ja die kleinen geht es ja auch immer drauf also von der ich bin ja klein so wie sie denn also ich meine jetzt nicht von heute her ach da sind die oh lol im kann ich meine jetzt nicht von heute her ich meine jetzt von größe ja you know what i mean you know what i mean so jetzt passt ja mein tun wir auch ach womit habe ich das wieder verdient hier weiß ich nicht also doch ja ich bin so gut ihr bitte ein eisenbogen ein eisenbogen von wem hast denn den geklaut ich habe mir jetzt selber gehafte gerade ich schwöre bruder wer soll dir das jetzt abkaufen äh nee ich will ihm nichts abkaufen er ist immer so teuer wenn du bei den du verstehst du genau wie du vor ist dies habe ich mal nicht gemacht ich habe gar nichts gesagt na du so ich habe nur gesagt oh mein Gott oh scheiße ja 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 profi minecraft spieler hier ja immer doch auf jeden fall kann er besser spielen als ich ja gut das ist auch keine kunst na das ist voll swag weiß er das muss jetzt sein das muss jetzt sein das dritte mal hintereinander ey das war ganz ruhig hier hey es ist dein ha ha tschüss wiedersehen boah ich glaube ich hab mir kopf gegen gewonnen ohne scheiß tut doch weh ich hab doch meinen stahlkopf nicht her was kann die wand denn dafür ja wie besser boah ich glaube dass die regale reichen für meine mining sachen oder ah weiß ich nicht nicht Alter weißt du wie viele fächer das sind holy shit doch das reicht das reicht dicke 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 auf fremde ich bin mir auch nicht sicher ach seid ruhig hey willst du gar nichts hören ach man ich will das nicht da bauen da was hat da was ich gesagt habe ich finde es immer das schöne was ich gesagt habe warum na na ist das scheiß Leute ja was ist das schon mal aus dem channel geflogen schon mal aus dem channel geflogen äh äh ja noch mal bock drauf äh na aber 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 ja aber ist auch da aber das ist jetzt ob lecky fuß ha komm runter was ist denn ich komme gleich runter schieße ich mich mit meinem eisenbogen ab ja ich habe wirklich keinen eisenbogen also ich fände es schön wenn wir uns so ins bett legen könnten äh ich bin gerade mal komm wir machen ja dann lock dich kurz aus ja ich bin auf äh jetzt renn 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 ins bett das das mich bloß alle in ruhe ha er an so kann ich schon wieder umlaufen ähm wo habe ich denn mein dingens ich habe doch schon schon einen schönen kronleuchter Da will ich jetzt noch meinen Keller aufbauen, ähm, da. Oh, da ist es zu schön. Kann ich das hier aufbauen? Boah, ist das hoch. Ja. Äh. 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 What the fuck? Wo ist mein Kronleuchter? Links, hinter der Tür. Ne, ohne Witz jetzt, ich hab den aufgestellt, jetzt, also, hä, mein Kronleuchter ist weggepackt? What the fucks? Links, hinter der Tür. Hör auf, MK. Geh mir nicht auf den Lern. Äh, warum ist denn der weggepackt? Hättest du denn aufgestellt oder was? Oder? Mache. Ja doch, ich hab den da, hab den da so, hingemacht und dann hab ich schon mal rechtsklick gedrückt und dann war er weg. Na, ist das Deko-Craftings? Ja. Ja, du darfst bei dir nicht, äh, bei manchen Sachen nicht rechtsklick drucken. Und zu schwindende. Ja, aber die anderen hab ich ja auch mit rechtsklick gesetzt. Ja, bei manchen ist das mehr so. Zum Beispiel bei den Pflanzen von Deko-Craft. Also. Hä? Wenn ich mein, die... True. Die gleichen Kronleuchter hab ich hier ja auch gesetzt mit rechtsklick. Also. Äh. Oben. Gucken. Achso, du hast sie mit rechtsklick gesetzt. Ja, ja. Achso, okay. Ich glaub, du hättest sie gesetzt und dann nochmal rechtsklick drauf. Was? Chargen? Jetzt ist doch wieder mal mit her. Ja. Tralalalalalalalalalalalalalala. Hä? Äh. 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 Das check ich jetzt irgendwie nicht. Ich hab grad das Pferd in den Arsch nicht gefressen gehalten. Und jetzt hab ich vorher schreckt. Pfff. Es kommt nur dick. Ich bin in dem Pferd drin und mich schreckt. Oh. Nicht. Unter meiner... Melze wachsen einfach Blumen. Ah. Am Wasser. Oh. Lol. Okay. Also im Wasser. Nicht am Wasser. Im Wasser. Okay. Ist der Clones bisschen nice. Aber ja. Wir brauchen Gold. Gold. Ganz viel Gold. Leider. Doozy ist auch so ein typischer Doozy. Hammerhart. Schreib mich an so. Ey. Zieh mich mal. Wir sind Minecraft am Zocken. Ja. Cool. Passt doch. Ne. Passt doch nicht. Muss doch weg. Tschüss. Äh. Ja. Sag ich doch. Du sie. Genius. Sag ich doch. Tralalalalalalalalala. Ja. Genau. Okay. MK. Ja. Lauf da bitte. Ähm. So. Zack. Tralalalalalalalalala. Ja. Ja. Genau. Okay. Mk. Ja. 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 Hey. Oh. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ah. Hier habe ich meine ganzen Dingers Bücher. Schmerzerei, Material und Du, Band 2, nehmen wir auch mal mit, Band 1 auch, Waffen brauchen wir nicht, gerade. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder durch diese ganze Materie hier fuchsen. Okay, warte, erstmal Taschen lernen, was brauche ich denn alles nicht? Das brauche ich jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht, das auch nicht, das auch nicht. Sand, kann man auch wegtunen, das kann man auch wegtunen. Wofür habe ich Baumwolle dabei? So, zack, in der Kiste, Salz, kann auch weg. Okay, der Rest nicht. Jetzt holen wir mal die Steine weg, den Atlas brauchen wir jetzt gerade auch nicht, jetzt holen wir mal die ganzen Bücher da rein. Mächtige Schmerzerei, war das das, das war das, wo man mit den Schmerzen baut, ne? Ja, okay. Controller, da brauchen wir nur einen, den Drain brauchen wir zweimal, das heißt einmal so und einmal so. Okay, das heißt einmal drumherum, das ist der Kern, genau. Und das sind die Ausgüsse. Ja, davon brauchen wir zwei. So, jetzt geht der Eisenhammer mal richtig ab. Der meint man Eisenhammer voll mit Redstone-Card. Da geht es richtig ab. Na, cool. Ähm, den Tank. Pitch, Pitch, Puch. Was noch, K? Ex. Klaas. Klaas. Klaas? Da, 30. So, das haben wir jetzt auch. Ah, da, da. Muss man dieses Sichtglas eigentlich unbedingt bauen, eigentlich nicht, ne? Dann fest drauf. Äh, shared windows und gleich, ne? Shared glass und shared windows und gleich, ne? Den Tank sollte es ja, das ist ja sehr logisch. Aber shared glass und shared windows und gleich, ne? Einfach nur tanks zum Gucken, ne? Ja, richtig? Ja. Dann brauchen wir das Ding, wo auch ich auch zweimal. Dias. Ja. Wenn du dir sagen willst, kannst du mir kommen. Hey, ihr habt es zum ersten Mal auf den Serverdienst kommt. Nein, kann nicht sein. Oder hast du noch keinen abgebaut? Ihr habt mir keine abgebaut. So. Habe ich jetzt bescheuert? Oh, ich hab wieder weiß, weißt du, ich guck nach, wie das gebaut wird, denk danach zu viel drüber nach und dann weiß ich wieder nichts geworden. Ach so, wie so ein Eimer, okay. Katsching, katsching, ich hab auch noch was. Ja, wie gesagt, ich hab auch, ich hab ja noch, hier noch, hier noch, 20 Dias und in meiner Nicht-Let's-Play-Bude, glaube ich, noch 30 oder so. Boah, ich brauch die gar nicht. Ah, das wissen. Ne, ich brauch die nicht, wie gesagt, von mir das ganze Jahr haben. Hauptsache, ich glückte es schief, wenn du nicht. Dann hattest du schon Dias. Na, eben nicht. Dann, weiß ich nicht. Mal gucken, ob... Was ist das Ding, Kuss? Musst du mal gucken, ob... Keine Ahnung. Ach, der trollt uns bestimmt. Ja? Weiter. Ach, der hat bestimmt einfach keine Dias gefunden und labert uns hier voll. Ja. Ja, der hat gemacht, oder was? Na, scher. Nee, like Nicola, wenn. Okay, stimmt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist bei mir immer alles Nicola schuld. Ja, sobald scheiße ist, ist Nicola. Bist du gemein, ey. Nee, oder was reicht, ja. Was reicht. Ja, also. Wahrheit und... Ja, das Unterschied. Jetzt wieder Dias. Ja, mach mal. Marco, brauchst du dann immer ein paar Dias? Ich nur. Noch mehr. Wie gesagt, ich brauch keiner, definitiv nicht. Ich kann nicht abgehen. Ich brauch keine. Ich brauch trotzdem keiner. Ja, ich schicke das einfach bei Post. Ja, okay. Ich schicke mir das mal bei Post. Ich sag dir meine Adresse dann später, ne? Ja, mach das. Alles klar. Ich schicke dir meine zur Minecraft-Pumpen. Ja, ich wohne an der Ecke links, Straße rechts, da. Weißt du? Ah, ja, ja, sicher. Habe ich ja mal googelt. Hm, okay. Ich hoffe mal, ich hoffe natürlich, dass hier der Stream jetzt nicht zugehört hat, ne? Ich wohne natürlich nicht da, also, ne? Das war alles nur Fake und so. Es ist so weird wie Lappo Red. Doch, es ist so geil. Wie? Wie Lappo Red? Wie Lappen Red. Ja, das ist nicht real. Oh, shit. Warte. Nee, das war falsch hier. Ach, was mache ich denn wieder für ein Schmarrn, wie du jetzt sagen wolltest. Marin. Nein. Hey, na, das ist so geil, ne? Ist du sicher? Na, def. Äh, na, bin ich nicht. Ist das so, wie du siehst überhaupt? Nein, ist das nicht. Ich bin mir nicht sicher. Doch in Verbindung mit Essen. Kaiser. Ja, Kaiser, Mann. Okay, so ist richtig. Zack. Nee, so ist falsch, Blackie. Genau. Halt, tu dich mal ganz da raus hier, MK. Vier mal. Ja, ja, ja. Warte. Ach, als ob der jetzt schon wieder Diamanten gefunden hat, weißt du? Ich hoffe, ich will nicht. Ja, voll der Faker. Ja, ich bin auch gerade. Leute. Wie die Tür abgeht, ey. Es ist so geil, ja. Es ist so geil, wie man hier marschiert. Was? So fucking true? Was? Beherrscht dich, du. Hey, hä? Ja, ich weiß ganz genau, was du gerade sagen. Wolltest. Ja, du warst das, ja. Ich weiß ganz genau, was du Hund gerade sagen wolltest, ey. Na, warst du nicht. Doch, das weiß ich. Ah ja, und ihr warst vergessen. Wuff. So. Ja. Nee, du wolltest gerade genau das sagen, was der Andi ja so liebt, wenn du das sagst. Armer. Armer, genau, armer. Alles armer. Ey, jetzt muss ich was sagen. So. Armer. Ähm, weg. Was ist mit Armer? Nicht viel. Eigentlich tut man alles cool. Dann da drauf hängen. Dann hältst du es für Kodan. Okay, okay, pass auf, so. Können die aber so in die Comis schreiben, wenn die wissen, was du mit Armer meinst, dann dann mal ruhig mal, ruhig mal schreiben. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Wenn das jetzt echt rauskommt, was du sagen willst, ey, dann rast, keine Ahnung, dann rast ich aus, ey. Okay, weil das war's. Krieg's auf einmal jemalschatz. Das Ehre, Mann. So. Boah, sei ruhig, ey. Hey, im Nix kräft? Doch. Okay, stimmt. Guck, tust du jetzt gerade schon wieder. Hä? Und schon wieder. Sei armer. Sei ruhig. Okay. Ich hab nicht... Ich hab nicht... Ich sag armer, ja. Sei ruhig. Ey, arme... Sei doch mal ruhig. Danke. Okay. Sei doch mal endlich leise, tu. Ja, schon klar. Immer auf die Österreich. Ja, also immer auf die Richtigen. Also ich lieg übrigens im Bett, ne? Oh, shit. Okay. Sehen wir vorbeikommen. Just a moment. Ich bin gerade bei meiner Höhle. Ich komm doch nicht im Bett. Weißt du was? Aua, ich verrieg. Okay, also. Oh, schade. Ich wollte gerade eingeben. Kick to Siren. Aber das heißt ja gar nichts. Das ist für den Sirenweg. Hallo. Hallo, Banada. Äh, hallo. Hallo. Hörst du Black History, man? Nee, nein. Das ist einfach jeder so ein Nikola. Das ist ein richtiger Andi-Move irgendwie. Ähm. Warum erinnert mir die Diskussion um Andi? Warum? Weiß ich nicht. Ja? Warum macht er das so einfach? Warum hast du hier reinkommen? Ja. Äh, das habe ich mir gerade auch gefragt. Ich werde das, muss das nochmal ein bisschen abklären. Mit dem Anderino in den Einstellungen. Ritex versucht in Lava zu schwimmen. Ja. Alles klar. Tschüss. Hat er gerade irgendwie ein Disconnect oder so? Ne. Es scheint noch da zu sein. Ja, scheint so. Boah, Minecraft ist so schön. Einfach geil. Der hat seine Diamanten in der Lava. Ah, shit, äh. Verrückt. Da ist er. Stimmt, hast du echt einen und deine Diamanten jetzt gewählt? Nein. Wir sind doch im Grabsteinsangrab, ja? Ah, ja, 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 ja. Boah, stimmt. Stimmt, wir haben ja Grabsteine. In Life in the Woods. Ja, ja. Boah, hast du Schwung gehabt, oder? Äh, warte mal, jetzt muss ich mich konzentraten. Jetzt muss ich mich auch so konzentraten. Konzentraten. Oh, konzentraten, ja, ist super. Konzent. Ja. Äh, aua! Äh, aua? Was aua? Aua, creeper. Äh, geben das, was dann zusteht. Der eine fällt in Lava, der andere küsst ein creeper. Aua. Aua, aua. Was kann ich dafür, dass der hinter meiner Holzkiste steht? Weiß nicht viel, stellt aber auch keine Kiste hin und steht auch nicht hinter der Holzkiste. Ich verreg, ich verreg, ich verreg, ich verreg, ich verreg, keine Ahnung. Warum tust du das? Boah, hier brauch ich jetzt Herz. Na, was ist das? Warum verregst du denn noch? Weil ich die ganze Zeit ex-pipische Farm und jemanden. Achso. Ich bin so in der Schlucht mit 10.000 Tonnen Liter Lava. Nice, nimm mal ein paar Eimer mit. 10.000 Tonnen. Ja, ich nimm das gerne einmal mit, wenn ich einmal mithält. Ah, ja dann. Ich nimm das gerne einmal mit, wenn ihr da einmal mithält. Wenn ich, bringst du so 5 Tonnen dann schon mal hoch, ja? Danke, Joe. Danke. Wann ist die Lava dann bei mir? Äh, schick wieder die Brust. Ja klar, so ein Päckchen Lava. Schön, wir wissen, ob das durch die Zoll geht. Geil. Du kriegst die Kranständer. In der Zoll. Ja, die Brust ist so heiß. Oh, du bist so lauf. Oh mein Gott, ey.